Hallo Schnuttenfick Und Willkommen zu einer weiteren Runde H1Z ein Zoll der nach Fünfer Truppe unterwegs mit Masti mit Daraus extrem verdrassen Oh, Katze! Südosten Ja, Südosten Ja, Südosten Ja, ja Ich nehm hier unten dieses kleine Gebäude Dieses Doppelgebäude Die Polizei... Die Feuerwehrstation nämlich Ja, nehm Die Feuerpolizeiwehrstation Die Feuer... Feuerstation nämlich hier Ist da ein Polizeiauto irgendwo dann näher? Oh ne... Ah, das ist Early Boy Gut Early Boy, ich bin bei dir Okay, da hinten, Basti Da wurde letztemal auch abgeknallt worden Ja, ja, ja Viel zu lange unterwegs Oh, die schießen schon Ja, ja, hier wird direkt geschossen Niemand Ich hab... Oh, ne Oh mein Gott, scheiße David streamst du Das steht Twitch Das ist... Oh, you receive one fourspot crate Basti ist an dem Rucksack vorbeigelaufen Wurde im Helm Wurde im Eingang Habt ihr irgendwie auch Legs seit dem neuesten Patch? Ehrlich gesagt nicht Aber ich spiel das auch nicht so Dann bin das nur ich Aber auch nur in der Aufgabe Wer ist da? Den ich ganz eh Ich bin hier 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 Bis jetzt nicht Ich hab hier noch ne Granate gefunden Oh, hier ist ne AR Ist das deine? Dann nehm ich die So Hier wird überall geschossen Hier ist noch ne AK Ich bin in der Feuerwehrstation drin Seid ihr da auch? Ja, ja, das sind wir auch Okay, das ist glaube ich ein T-Shirt So Wo bist du? Ja, da bist du Ein Rucksack ist hier hinten Ein Rucksack, zwei Rucksäcke sind hier Hi Wo ist ein Rucksack? Hier hinten bei Oriba Ey David, liegt da drüber Einer am Sofa und einer auf dem Klob Oh, hast mich erschrockt man Der Brüste gefunden Wo sind die anderen beiden? Ja, also ich hab nen Bogen und ne Waffe Aber Der ist noch ne Pistol, Leute Gell? Ich hab den mitgenommen So Könnt er heulen, Mann Wo seid ihr? Ich bin mit Max hier Ein bisschen Loot am finden So, auf Nicht rausgehen Nicht rausgehen Max Hier ist noch ne Pistol, gell? Der ist oben auf den Schienen drauf Komm mit Ja, wo kommt's da draußen? Wow, Gegner, 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 Gegner Wo genau? Vorsicht, da kommt gleich rein, da kommt gleich rein Pass auf, komm zurück, komm zurück Ich bin down, er hat mich Oha Oha Du musst ne Runde ausgeben Das war, warum bist du denn direkt reingegangen? Wie, warum bin ich direkt reingegangen? Was soll ich denn machen? Sollen wir alle von dem Gegner wegrennen, ohne auf ihn zu schießen? Warte, boah, ich glaub da kommt noch mehr Ja, ich hab nicht geschossen, weil ich keinen von euch treffen wollte Weil ich weiter zurückstand Idiot, wir müssen, ja, wir müssen gelangen Aber auf den Schienen oben ist ein Typ So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die allererste Folge H1Z1 Sie ist extrem kurz geraten, wie ihr sehen könnt Ähm Es tut mir sehr leid, dass sie so kurz ist Die nächste wird ein bisschen länger, beziehungsweise wird allgemein länger Das wird jetzt ein bisschen öfter kommen Ich sage aber jetzt mal Tschüss Schaut bei den anderen Verweisen unten verlinkt Und bis zum nächsten Mal Ciao Prrrrmau Prrrmau 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 Prrrmau